Erfahre am eigenen Leib, wie es ist, alles zu verlieren und jeden Tag auf der Flucht zu sein. So viele Landsleute sind gestorben. Um hier zu überleben, müssen wir Menschen rekrutieren. Töte diese Mistkerle! Angriff! Ach, wenn ich mir unsere Männer so ansehe, dann macht mir das mehr Angst als die Japaner. Koryas Zukunft ist Vergangenheit. Eine unbekannte Person wird die Gelder für den Eisenbahnbau stehlen. Es gibt einen Maulwurf. Verstehst du? Sie haben mich hergebeten. Stehlen Sie dieses Geld. Wer sich uns in den Weg stellt, wird sterben. Keine Gnade. Wenigstens einmal im Leben sollen wir wie Menschen leben können. Alles, was du jemals in deinem Leben so machtlos ertragen musstest, ist nicht deine Schuld. Wir müssen uns unser Land zurückerobern. Das Geld muss geschützt werden. Immerhin ist das mein Beruf. Ich töte Menschen für Geld. Keine Vergebung. Auch nicht für Frauen. Der Klang ihrer Schwerter wird zum Gesang der Banditen. Diese Banditen schützen die Schwachen. Zeigen wir denen, wozu wir fähig sind.